Uh, was ist das denn? Der kriegt da gerne so eine Breitseite von mir. Gleich noch einen. Und noch einen. Der hält aber schon was aus. Der kann aber schon was. Der kriegt da gerne so eine Breitseite. Der hat mich nicht einmal gehittet. Und zum Ende hittet der mich. Das nervt mich jetzt schon wieder. So, bin mal raus. Wir gucken, ob er heute Abend besser läuft. Dir noch einen stressfreien Tag. Dankeschön, mein Lieber. Bis später oder bis die Tage. Shadow. Oh, das ärgert mich jetzt, ne? Dass der, naja, was willst du machen? Ist halt so. Ist halt so, wie es ist. Aber auch das haben wir erledigt. Haben wir jetzt auch 5 von 5. Oh, was ist denn der Schmetterling? Das weiß ich gerade gar nicht. Was ist das für ein, äh... Den ich folgen kann? Ja, okay. Das machen wir jetzt mal nicht. Oh, was ist denn hier los? Ohne ein Wort zu verlieren. Kriegt ihr auf die Mütze. Alter, wie schnell der weg war. Was ist hier los? So. War hier oben nicht noch welche? Ja, da. Ein Glumbum? Ein Glumbum? Aua. Guck mal, es mal her. Steckt sich in den Baum, der Hund, ey. Würde der unten lassen wir mal. Ich glaube, das ist wieder ein Wolf. Ja, das ist auch ein Wolf. Ja, warte mal ganz kurz. Ich will mal landen und gucken, wo ich landen muss. Wird knappig. Wieso mal da lang? Und hier will ich mal runter. Ja. Doch schon. Ja, kannst du mal sehen, wa? Was war er denn? Das Kobold ist nicht so mein Elitist-Gegner, ne? Ich würde aber behaupten, die müht mich auch nicht, sonderlich. Das Prüfung mache ich jetzt nicht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ich würde aber hier, den nehme ich mal schnell mit, die Flamme. So, und Vollgas, gut erkundet heute, gut erkundet, das da unten lassen wir jetzt gerade auch nochmal. Oh, man fliegt hier nicht höher, kann ich nicht höher? Ja, sonst ist ja hier nichts, wir sind jetzt eh gleich schon da. Gut, die hätten wir noch mit dem, aber wir haben hier ab wieder was frei, da können wir wieder hin, wenn wir da irgendwie was machen wollen, ne? Ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier raum eine Wünsche, dann zwerbele ich mich doch nochmal eine rein hier und dann, dann haben wir es. Hier eben nochmal schnell alles nachgucken. Wir haben hier auch einen Gegenstand. Ich hoffe, das ist der, der, ja, ja, okay, der zeigt auf jeden Fall Grün an. Hatten wir noch einen? Im Moment brauche ich ihn für nichts. Okay, das machen wir nächstes Mal auch wieder. Ähm, wir machen mal hier von allen. So, zeig mal her. Okay, wir können vier Arten und wir haben zwölf Plätze frei. Wir haben vier Arten. Okay, ich habe keine Arten mehr frei. Also ich kann kein Tier reinsetzen jetzt hier außen links. Wie war das nochmal mit dem... Ne, nicht so. Äh, mit dem Freilassen, oder? Ja. Ja. Ja, den können wir freilassen hier. Den können wir freilassen. Ein Hornhauer. Sammeln wir ein. Knuddelmuffar. Schön essen und dabei gestreichelt werden. Nochmal Knuddelmuffar. Äh, nein, 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 nein. Wo wir zunehmen? Scheiße, ich habe mich verdrückt. Das glaubt Professor Howe nie. Ne, das glaubt er nie, dass du dein eigenes Tier eingesammelt hast. Das glaub ich auch. Und wo ist denn hier der... Wo ist denn Chris? Dahin ist Chris. Ne, das war Chris, ne? Das war Knuddelmuffar. Ne, Chris hab ich... War ein Chris? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube ich hab dich entfernt. Chris ist weggelaufen. Ne, ich glaube ich hab dich entfernt. Ja, ich hab dich entfernt. Guck mal unbedingt, ja. Hier, Einhorn. Wenn. Hey, das macht er irgendwie nicht. Doch jetzt, wenn. Nein, du bist ein Einhorn, Vanita. Das passt nicht zum Van. Geh weg hier, Van. Ja, dann kommt später dann. Später. Ups. Und zack. Oh. Hey, hey. Okay. Gehen wir wieder rein. So. Äh. Äh. Den machen wir nochmal. Und dann ähm. Ich wollte doch kein weißes Einhorn. Naja. Warte doch erstmal. Wir haben doch nicht so viele. Äh. So. Oh ne, jetzt hab ich schon wieder gesoffen. Mann ey. Ähm. Ähm. Ausrüstung. Nein. Brille. Äh. Achso. Warte. Ich geh erstmal hier nochmal in ähm. Sammlung. Rein. Erstmal. Es wird allmählich, ne? Es wird allmählich. Okay, da war noch einer, den ich nicht äh. Ähm. Ja. Oh, da war noch einer. Ähm. Viel erkundet heute. Viel erkundet. Ähm. Bei 11% Erkundung. Kampf. Ähm. Welche hatten wir geschafft? Den Kobold, glaube ich. Der war es, ne? Da hatten wir einen. Ähm. Spinnen. Hier. Mh. Mh. Kobold brauchen wir jetzt 10. Wir brauchen noch Spinnen. Brauchen wir noch 81. Hier brauchen wir noch einen erstmal von. Hiervon brauchen wir auch noch 16. Äh. Äh. 12. 21. Einen noch. Ach so. Siehst du schön. Einen noch. Und da. Okay. Ähm. Hm. Aufträge. Ja. Erkundung. Ähm. Ähm. Hatten wir ja das. Erledigt gehabt. Da brauchen wir jetzt 10 von. Da brauchen wir eine. Okay. Buchseiten. 5, 5, 4. Ah. Es passt. Raum der Wünsche. Haben wir auch. Abgeschlossen. Schön, schön, schön. Wir werden schon was ganz schönes finden für Verdi. Ja. Wir füllen so langsam alles, ne. So langsam. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mütze. Erhöht Schaden mit Confringo. Den können wir keinen zuweisen. Das sind auch nur 3. Also das lohnt sich jetzt nicht. Besonderlich. Der hat 65. Zielt Schaden durch. Ich würde den lassen. Nee. Und der sieht gut aus. Den nehmen wir. Äh. Schal. Haben wir, ne. 34%. Sehr schön. Ihr Lieben bei YouTube. Habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es für euch direkt wieder weiter. Mit einer neuen Folge. Ich freue mich. So haben wir ein bisschen was erkundet. Wir gucken beim nächsten Mal so ein bisschen wieder rum, dass wir die Simone da finden. Das wäre ja ganz cool, dass wir diese scheiß Tür auch mal aufkriegen. Und dann sehen wir mal weiter. Ihnen lieben. Macht's gut. Und bis dann, tschüssi. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018